Musik Aviva Jakobson ist eine israelische Künstlerin, die seit 1992 in Appenzell lebt, die eine Ausbildung hatte als Malerin, Radiererin in Israel und in Italien, die seit mehr als 20 Jahren also kontinuierlich arbeitet und die jetzt ihre erste museale Ausstellung in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell hat. Musik Mich interessieren Strukturen, Farben, Ereignisse, Erinnerungen und Sachen, die ich einfach erlebe und etwas Interessantes drin finde. Das Gefühl habe, ich möchte etwas transformieren durch die Malerei, durch meine Farben und durch meine Linie. Musik Wenn ich mit Farben arbeite, nehme ich die Pigmente und mische sie selber. Und so habe ich die Kontrolle über das Resultat. Ich kann entscheiden, ob die Farbe matt oder brillant ist. Ich kann entscheiden, ob es dick oder dünn aufgetragen ist. Ich kann die Farbe auch schleifen und Sachen unten entdecken. Wir haben die Ausstellung Umschwung genannt, weil Haviva Jakobson ja tatsächlich sich sozusagen mit ihrer unmittelbaren Umgebung beschäftigt. Zum anderen, weil wir denken, dass so circa vor fünf Jahren ein Umschwung eben der künstlerischen Entwicklung von Haviva Jakobson stattgefunden hat. Und vielleicht auch ein bisschen, weil das jetzt auch einen Umschwung in unserem Programm bedeutet, weil wir mit der neuen Ausstellungsreihe Aussicht erstmals auch in Zukunft immer wieder Positionen des gegenwärtigen künstlerischen Schaffens in der Ostschweiz vorstellen wollen. Und vielleicht auch ein bisschen, weil wir mit der Künstlerischen Schaffens in der Ostschweiz